Zwei haben wir noch, zwei haben wir noch und das sind sicherlich auch, ja, ich kann sagen, das sind die Publikumswiblinge und auch mal geht es die Frage, wie groß sind denn diese Oberschenkel, wie groß ist denn der Umfang, meine Damen und Herren, Robert Förstemann kommt auf die Bahn. Vielen Dank! Das war's für heute. Oh, das ist ein paar Lachen. Das ist ganz schön. Ich bin ein paar Lachen. Ich bin ein paar Lachen. Ich bin ein paar Lachen. So, ihr findet ein Blümmer zur Welt. Der ist ein Blümmer. Wer hat sich in die Welt gebracht? Die Welt ist ein Blümmer. Die Welt ist ein Blümmer. Wie wird der Welt sein? Wie wird der Welt sein? Der Welt ist ein Blümmer. Den Welt ist ein Blümmer. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR